Vorwort. Man könnte Spiegelung und Resonanz als das Gravitationsgesetz lebender Systeme bezeichnen. Joachim Bauer. Warum ich fühle, was du fühlst. Von 2005. Der menschliche Säugling, obwohl ein fühlendes, mit der Würde des Menschseins ausgestattetes Wesen, verfügt über kein Selbst. Die neuronalen Netzwerke, in denen sich Letzteres einnisten wird, sind zum Zeitpunkt der Geburt noch unreif und funktionsuntüchtig. Seine Entstehung und Grundstruktur verdankt das menschliche Selbst jenen Bezugspersonen, die uns, vor allem in den ersten Lebensjahren, als Extended Mind, d.h. als eine Art externe Leitstelle gedient haben. An der Kompetenz.